Es ist eigentlich immer kalt. Vielleicht gab es auch mal einen Sommer. Aber wenn, dann habe ich den vergessen. Ich glaube, man erinnert sich eher an unangenehme Dinge. Der Trick ist, dass sie viel stärkere Gefühle herstellen. Das kann man beweisen. Nehmen wir mal eine schöne Situation, zum Beispiel so etwas wie ein netter Sommertag. Man läuft irgendwo in einem Hasenkostüm rum und beobachtet kleine Tiere. Normal, das mache ich dauernd. Also gut, ich gebe zu, mir fällt nichts Nettes ein. Dann erzähle ich eben von etwas Furchtbarem. Von der ungeheizten Wohnung, den Leuten in der Stadt, den Außerirdischen in meiner Klasse, dem Land, in dem ich lebe, dass ich ziemlich daneben aussehe und dass ich mit keinem reden kann und so weiter. Negative Erinnerungen habe ich ohne Ende. Die liegen in der Magengegend und ich werde keine je vergessen. Aber vermutlich ist das Quatsch. Denn wenn ich jetzt anfänge, nie etwas zu vergessen, würde ich in 30 Jahren nur noch aus Erinnerungen bestehen und nichts sonst hätte Platz in meinem Kopf. Obwohl ich glaube, dass es bei manchen Älteren genauso läuft. Sie erzählen immer nur von damals und ich weiß wirklich nicht, warum sie so sicher sein können, ihre Erinnerungen wirklich erlebt zu haben. Vielleicht wurden die ihnen irgendwann transplantiert in einem Raumschiff. Außerirdischer A. Das heißt so viel wie Schau nur, unansehnliche Ostdeutsche, den transplantieren wir jetzt ein paar Erinnerungen. Außerirdischer B. Viertig größer Genau, das machen wir. Außerirdische sind bekanntlich immer ein Thema. Ich glaube, ich heiße Anna, weil solche altmodischen Namen, genau wie Außerirdische, immer ein Thema sind. Es hätte auch schlimmer kommen können. Sehr viele in meiner Klasse heißen Peggy, Mandy oder Francis. Auf Thüringisch klingt das dann wie Fränzise. Das tut weh. Thüringen ist das Gebiet, in dem sich die Stadt befindet, in der ich wohne. Die Leute hier sprechen einen Dialekt, der immer nach Kartoffeln klingt. Die Eltern in Thüringen, überhaupt im Osten, haben so eine Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Und die Kinder müssen das dann ausbaden mit ihren prima ausländischen Namen. Ich werde bald 14. Naja, es ist noch ein bisschen hin. Fast ein Jahr, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob ich wie eine normale fast 14-Jährige bin. Ich fühle mich nicht mehr als Kind, aber da wage ich mich auf unsicheres Gebiet. Denn als ich jünger war, habe ich über solche Sachen einfach noch nicht nachgedacht. Und nun fehlt mir der Vergleich zu dem, wie ich mich früher gefühlt habe. Jetzt kann ich mir nicht mehr folgen. Das geht mir oft so. Ich denke so vor mich hin und irgendwann werden meine Gedanken zu kompliziert für mich. Jedenfalls die Stadt, in der ich wohne, ist eine Kleinstadt, sagt man. Ich meine, ich wäre da nicht drauf gekommen. Du wächst ja nicht auf und denkst, na, aber hallo, ist das eine kleine Kleinstadt? An verbürgten Großstädten kenne ich nur Berlin. Sehr große Sache das, Berlin. So viel zur Einleitung. Die aktuelle Lage sieht so aus. Ich stehe in meinem Zimmer am Fenster und schaue auf eine Hauptstraße, über die ab und zu ein Trabant oder ein Wartburg fährt. Die machen dumpfe, einsame Geräusche und Wolken in der Kälte. Es gibt eigentlich nur diese beiden Sorten Autos. Ab und an nochmal ein Skoda oder ein Volga. Damit hat sich's. Autos kauft man nicht einfach im Laden. Man muss sich anmelden und mit Glück bekommt man zehn Jahre später eins. Das hat zur Folge, dass der Verkehr auf der Straße relativ überschaubar ist. Alle drei bis fünf Minuten kommt ein Pkw. Am Rande der Straße stehen Mülltonnen, die im Winter immer vor sich hinkokeln, weil die Menschen glühende Asche, die bleibt übrig, wenn man Kohle und Holz verbrennt. Ich schreibe das nur auf, falls meine Aufzeichnungen erst nach meinem Tod von einer anderen Generation gefunden werden. In die Tonnen schmeißen und das andere Zeug fängt dann an zu brennen. Über der Stadt hängt deshalb im Winter immer eine Schicht aus Abgasen und eben nicht von den paar Autos, sondern von den Fabriken und Mülltonnenwolken. Hätte man eine gut geheizte Wohnung, aus der man auf die Stadt schauen würde, sähe das vielleicht sogar romantisch aus. Ich schreibe das nicht, aber ich schreibe das nicht.